Das Abendhör Tansania in 100 Sekunden. Heute die große Tierwanderung. Jumbo, ich bin Falk von Abendhör Tansania. Die große Tierwanderung in der Serengeti ist fraglos eines der größten Naturschauspiele unserer Erde. Sie ist ein jährlicher Kreislauf auf der Suche nach Weideland und Wasserstellen. Zu den mehr als eine Million Gnus gesellen sich Zebras, Antilopen, Gazellen und Impalas und wo immer die Migration-Station macht, werden sie von den ortsgebundenen Raubkatzen schon sehnsüchtig erwartet. Von Ende Dezember bis Mitte März sind die Tiere in Dutu, das zum Gorongoro-Schutzgebiet gehört, oder in der Südserengeti. Die schier endlosen Ebenen sind übersät mit Wildtieren, soweit das Auge reicht. Hier wird der Nachwuchs geboren, man sieht Gnu und Zebrafohlen. Im April verteilen sich die Herden über die ganze zentrale Serengeti. Im Mai beginnen die Tiere ihre Reise über den Westkorridor in Richtung Norden und ca. zwei Monate später kommt es zu den Querungen des Mara-Weavers in der Nord-Serengeti, die ihr mit Sicherheit schon einmal im Fernsehen gesehen habt. Die Tiere sind nun in der Masai Mara, dem kenianischen Teil des Ökosystems Serengeti. Hier bleiben sie bis in den Oktober und wandern dann entlang des östlichen Korridors zurück in Richtung Süden. Übrigens, dass die Grenzen der Serengeti an die Tierwanderung angepasst wurden, haben wir zum Großteil Bernhard und Michael Jemek zu verdanken, Stichwort Serengeti darf nicht sterben. Und nur dank der Einnahmen aus dem Tourismus ist es möglich, das Schutzgebiet am Leben zu erhalten. Mehr Infos zur großen Tierwanderung gibt es auf unserer Website. Bis zum nächsten Mal!